Ja, hallo meine Lieben, ich spiele euch heute mein neues Lied vor, das heißt nur ein bisschen Leichtigkeit und ich finde es passt sehr gut in diese Zeit, weil wir glaube ich alle ein bisschen Leichtigkeit gebrauchen können. Vieles schaffen, doch wir mich auch mal treiben lassen, ganz ohne Druck und ohne Ziel und all die Hektik und die Zeit, die wir nicht haben, es ist das, was wirklich bleibt, nur ein bisschen Leichtigkeit. Wir gehen den täglichen Geschichten nach, durchliegen brach im Innern, hab ich dich heut schon angeschaut, kümmer mich um dies und das und hab dabei nicht wirklich Spaß. Um mich herum ist alles laut und um all die Hektik und die Zeit, die wir nicht haben, es ist das, was wirklich bleibt, nur ein bisschen Leichtigkeit. Ist dies alles mein Lebensziel? Ich will so gern leben, wie ich will. Mit viel Humor und viel Gefühl, ist diese Arbeit wirklich toll? Ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll. Schau in den Rechner, viel zu viel. Ja, ist es alles viel zu viel. Ist es nicht alles viel zu viel. Ist dies ein Leben, wie es zu mir passt? Oder hab ich mir was vorgemacht? Ist es das, was wirklich zählt? Das Leben ist der Produktivität geweiht, der Leistungsfähigkeit. Ist es nicht die, die uns so quält? Und all die Hektik und die Zeit, die wir nicht haben. Ist es das, was wirklich bleibt, nur ein bisschen Leichtigkeit. Ist dies alles mein Lebensziel? Ich will so gern leben, wie ich hier will. Mit viel Humor und viel Gefühl, ist diese Arbeit wirklich toll? Ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll. Schau in den Rechner, viel zu viel. Ist es alles viel zu viel. Ist es nicht alles viel zu viel. Immer schneller, höher, weiter. Auf der Karriereleiter bin ich nicht mehr heiter. Nein, ich bin kein D-Zu. Es ging auch langsam und bedachter. Bin ein aus dem Konsum anaufgewachter. Indie auf Stummen tut mir gut. Ist dies alles mein Lebensziel? Ich will so gern leben, wie ich hier wär. Mit viel Humor und viel Gefühl. Drum lass uns keine Zeit verlieren. Wir werden mal was anderes ausprobieren. Die Welt mit anderen Augen schauen. Den Tag nicht mehr verzwecken. Wir müssen dann wieder neu entdecken. Glaub mir, wir können widerstehen. Und dann ist alles nicht mehr zu viel. Denn dann ist da wieder mehr Gefühl. Danke fürs Zuhören.